Herzlich Willkommen zur 62. Folge Minecraft Container mit dem Felix Loh. Guten Tag. Guten Tag. So, alles eingebautes wieder? Alles heiligemacht? Natürlich immer doch. Okay. Du kennst mich doch, ich kann doch alles. Das ist doch gut. So, also du wolltest jetzt ein bisschen mit dem System da loslegen. Ich denke zumindest ist es die beste Option, die wir aktuell haben. Gut, dann erzähl mal was, das braucht es. 1000 Tonnen Eisen so ungefähr. Okay, das braucht es. Ich habe Eisen gefarmt, aber wir haben ja unten keinen Strom drauf, weil irgendwer den wieder ausgestellt hat. Glaube ich. Liegt ja daran, dass wir kein Dix mehr haben. Kein Schritt, also. Ist aber auch nicht mein Problem. Das ist ja weder mein Problem noch mein Fehler. Ähm. Ja. 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 Wie soll das? Was? Ich bin nur runtergefallen. Achso. Ich habe Kabel wieder dran gesetzt. Das ist ja. 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 Du kannst nicht persönlich hin. Den Schmelzwurfen hinten. Alles? Ich glaube schon, ja. Hast du noch ein Kabel? Nöp. Das brauchen wir für diese Christophone. Nee, das ist der Information Screen. Wo war denn? Wir hatten doch auch irgendwo sowas wie Solarpanel oder nicht? Irgendwo bestimmt. So, uh-huh. Request Reisnant and the soul, wo ist denn das? Weg. Einfach weg. Welches System willst du jetzt anfangen? Du meinst, welches System habe ich gleich fertig? Wenn mir nicht einfach alles aus meinem Inventar irgendwie fehlen würde, wo ich keinen Plan habe, wo es hin ist. So zum Beispiel mein Eimer, den ich irgendwie in meinem Rucksack irgendwann anscheinend mal geparkt habe. Wir haben nur für ein System, glaube ich, aktuell Quests. Und das ist das Modular Storage. Außer du zeigst mir, dass wir noch irgendwo irgendwas anderes an Systemen haben, was ich bisher nicht gesehen habe, dass wir dafür das Questmenü schon offen haben. Und das ist... Wo ist denn Autofarming? Gute Frage. Nächste Frage. Das ist genauso eine gute Frage. Wie haben wir eigentlich irgendein System bei uns hinter dem Ganzen hier? Ich glaube nicht so richtig hundertprozentig, ne? Nee. System. Wo? Was denkst du denn? Was soll denn das? Was? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Willst du mal ein bisschen genauer sagen? Wir haben ja von nichts irgendwas, es ist ja das Tolle an dem Ganzen. Och, ich hab genug von allen. Advanced Alloy Ingate. Glaube ich nicht, dass du sowas besitzt. Natürlich habe ich sowas gehabt. Okay. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Und wieder runter in den Tod springen. Juhu. Du bist gerade nach Autofarming oder wie? Nee, ich fauke kaum. Was sollte das nach dem Nee heißen? Nee, bluh, bluh, bluh. Dann wollen wir mein Internet mal wieder neu starten. Okay. 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 Well... so war schon jetzt mal bock hat das ist glaube ich auch aber mir ja relativ egal im normalfall ach ja stimmt der ellis melder was willst du jetzt mit meinem ellis melder ein bisschen ist gut ich brauche hier steht hier acht zwölf 16 24 für einen 24 für ein oder gucken wie das papier noch mal funktioniert guck mal hier geht es im ev ab da steht du brauchst dafür deutlich länger ich glaube mein bruder will mich heute verarschen das ding nochmal neu zu starten oder was anstatt mit seinem gerät neu zu starten der weg sei es nervt irgendwann auch langsam mit dem das ist doch schwer aus das ist doch schwer aus das ist doch schön Und wie funktioniert das? Achso, das ist wieder dieses komische Gerät da unten, ne? Dieses Fließbandgerödel-Ding. Ich denke, ich weiß zwar nicht, was du machst, aber ich denke... Oder haben wir so ein Pressending? Das ist das. Das ist aber die ganze Zeit schon das. Wobei es theoretisch gesehen mit einem Kompressor auch vielleicht gehen könnte. Ich brauche Zahnräder. Dann geht es definitiv nur unten. Okay. In der Schmelze geht es eigentlich mit Zahnrädern eher. Zumindest haben wir da das mal gemacht. Ich glaube, unten haben wir nicht mal eine Schablone für Zahnräder. Ich brauche doch mal die Schmelze. Das muss eigentlich funktionieren. Ich brauche doch mal die Schmelze. Das muss eigentlich funktionieren. Das muss eigentlich funktionieren. Ich brauche doch mal. Ich bin jetzt hier mit der Zeit. Ich liebe mein Internet, ey. Ich liebe mein Internet, ey. Was macht denn der Typ schon wieder? Ich bin jetzt hier mit einer Schmelze. 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 Was hatten wir eigentlich irgendwo noch mal gehabt? Nicht wirklich. Ich hatte eigentlich mal so 346 gemacht, glaube ich. Irgendwo. Irgendwo. Ich habe es geträumt. Das ist ja schön. Ja. Es ist. Ich habe es nicht geträumt. Das Double braucht nichts. Hat mehr oder weniger so ein Halbautograph drinne und, äh, ja. Kann 106 aktuell sein. Was im Endeffekt von uns nichts ist. Bauligerweise, ja. Geht schneller weg als man, als die ganze Geschichte sieht das wahrscheinlich. Hä? Hallo? Geht er weg? Da ist ein Creeper durch die Tür gekommen. Was ist denn der? Jetzt nix neben dir. Hinter dir! 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 Ich sehe nicht meinen Creeper. Also von da her. Da steht er oben. Achso, da. Ja, da ist es mir aber relativ egal. Gut. Hm, wir haben irgendwie so ein kleines Problem. Das da wäre? Dass ich nicht weiter craften kann, weil uns Enderperlen fehlen. Enderperlen? Ich brauche für das Remote Deutsch vier Enderperlen, ja. Und wir haben zwei, glaube ich. Außer sie sind irgendwo im Nirgendwo noch Sachen versteckt. Kannst du einfach jetzt mit Shift-Klick reinklicken, die Sachen hast 100 Stacks Platz aktuell. Also das ist jetzt alles, was du brauchst? Das ist zumindest fürs Storage alles, was ich brauche. Jetzt in dem Ding sind noch, äh, wäre noch ein Remote Storage, was dafür sorgen würde, dass, glaube ich, das Ding hier, äh, Zugriff hat. Das, was du gerade rausgenommen hast, sorgt dafür, dass wir überhaupt den Speicherplatz haben. Achso, das kannst du jetzt noch erhöhen. Es gibt noch eine Zweier-Version und eine Dreier-Version davon. Das würde auf 200 und 300 Stacks das erhöhen. Aber mehr als 300 Stacks gibt es, glaube ich, nicht. Okay. Und 300 Stacks sind schon recht wenig gefühlt, aber... Das ist eigentlich gar nichts. Wobei ich halt nicht weiß, wie das genau funktioniert. Theoretisch gesehen kann es ja auch so sein, dass du jetzt einfach sieben oder acht Dinger von hinten hinstellst, dann passt das. Aber ich weiß nicht, ob die alle zusammenübergreifend sind oder was weiß ich. Aber dafür sind die Dinger auch eigentlich zu teuer. Was hast du dafür jetzt bezahlt? Ja, hauptsächlich eigentlich einen Machine-Frame und dann halt tonnenweise Eisen, ne? Und der Machine-Frame braucht auch einen neuen Eisen, plus noch ein bisschen dann, das zeigt, was aufwendig ist wie sonst was. Frage ist bloß, wie man jetzt noch an ein paar Endappellen rankommt, a.k.a. mindestens zwei, wenn wir nicht noch irgendwelche rumfliegen haben. Wovon ich persönlich jetzt erstmal nicht ausgehen würde. Was? Das wird schon wieder Samstag. Samstag. Samstag fehlt noch irgendwer. Wer hat Zeit und Lust wie Samstag. Was? Welchen Machine-Frame hast du gerade gebaut? Den teureren. Also den ganz teuren. Den von Tümmel irgendwas da mit Harden-Casing und Italien-Platten und sowas? Nee. Alter ist der teuer. Das wird ja machen. Das ist... Ich buche noch mehr. Habe ich eigentlich schon mal erwähnt, dass es toll ist, wenn Chancs nicht laden? Hm. Ich glaube es hier noch nicht. Drei. Acht Stück brauche ich noch. Wenn du jetzt gerade Enderpellen holen möchtest, sag Bescheid, dann komme ich mit. Ja, es bringt nichts, weil mein Spiel verbuggt ist wie sonst was. Ich habe hier einen ganzen Chunk, der fehlt und jetzt ist meine ganze Basis auch gerade weg. Achso, ja. Okay. Soll ich mal rauskommen, wie du sie wieder findest? Ich weiß, wo unsere Basis ist, weil die teilweise wieder auftaucht, aber ich habe halt einen Chunk, wo zwei Endermen drin stehen sind, wo mir der Chunk nicht angezeigt wird. Wo? Links von unserer Basis. Da, wo du gerade drauf gerade zuläufst, da ist zumindest... Oh. Jetzt ist der Chunk angezeigt, das ist ja toll. Aua. Jetzt ist der Chunk wieder weg. Alter. Alter, sind hier viele Viecher. Nicht in den Creeper rein! Hier ist ein Endermen, hier ist ein Endermen. Hier sind ein paar Endermen, das ist ja das Tolle an der ganzen Geschichte. Das Problem ist bloß, dass ich äh... Aua. Aua. Was ist denn jetzt schon wieder hinter mir? Alter, die Skilette kommen auch von ihrer Ecke. Äh, ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Geh weg Endermen. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan, habe ich gesagt. Ich habe kein Problem wie ich. Ich liebe das Spiel. Es leckt mich scheiße, ey. Alter. Ich habe auch irgendwie so 30, 40, naja, eher 45 Spinnen hinter mir. Ja. Das würde mich gar nicht so sehr stören, wenn ich wenigstens kämpfen könnte. Aber kann ich nicht, weil ich hier mit was weiß ich mit Langstrom spiele gerade. Naja, du hast doch irgendwie gerade eine Verbindung, die... ... hier ist von gut und böse ist. Richtig? Wo ist meine Leiche eigentlich? Also ich habe meine gefunden. Wo deine ist, äh... Sorry, aber da bin ich raus. Ey, ich bin wieder Level 7. Wie toll. Ich bin jetzt Level 1, ey. Du bist der Endermen weg. Naja, nicht nur das, sondern auch ein paar mehr. Wo bist du gestorben? Irgendwohin mit Gehölz. Der Endermen hat dann doch dreieinhalb Herzen Schaden gemacht pro Schlag. Das ist dann doch ein bisschen viel, wenn er mir am Arsch hängt. Mhm. Finde ich irgendwo ja. Habe ich die auch gerade so... Ne, ne, das ist nicht bei dir aber daran, dass du schlecht spielst. Das ist jetzt ein riesen Unterschied. Bei mir liegt zwar an, dass ich Lacks habe und bei dir an, äh, fehlendem Skill oder sowas. Achso. Ich brauche ja ausreden, hallo. Allerdings sind wir am Ende der Folge angekommen. Ja, hau uns rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüss.